Musik Ein neues Blatt im Katalog, ein neuer Wagen. Er ist das jüngste in der Familie der vielen Modelle des VEB Sachsenring, Automobilwerke Zwickau, die in der Welt bereits einen guten Ruf haben. Ihre ganze Liebe und ihre langjährige Erfahrung haben ihm die Konstrukteure geschenkt. Die modernsten Erkenntnisse der Technik standen Pate beim neuen Kleinwagen, Trabant. Der Trabant sei innen größer als außen, sagt man. Den Vordersitz klappen wir zweimal zurück und schon können wir einsteigen. Aber nur vier Erwachsene. Angenehm ist der Lauf des Motors. Luftgekühlt mit zwei Zylindern, 500 Kubikzentimetern und 18 PS schafft er mühelos 90. Als Reisedurchschnitt 80 Stundenkilometer. Ein Druck auf die Taste und der Kofferraum ist entriegelt. Das ist der Kofferraum, den sich die Campingfreunde schon immer gewünscht haben. Auch Werkzeug ist reichlich vorhanden. Bald wird der Trabant nicht nur auf den Straßen unserer Republik, sondern auch auf den Straßen anderer Länder zu sehen sein. Denn die Zwickauer Automobilbauer haben die Serienproduktion bereits aufgenommen. Doch jetzt muss er erst einmal beweisen, was er zu leisten vermag. Der Trabant ist wendig im Straßenverkehr, ausdauernd und zuverlässig. Was ihn besonders auszeichnet, das ist seine Anzugsfreude. Ausgezeichnet gefedert und weich gepolstert ist auch eine gelegentliche Fahrt durch unebenes Gelände nicht beschwerlich. Hoppla! Solche Wege werden Sie wahrscheinlich mit Ihrem Wagen nicht fahren. Aber er verdaut sie, Sie haben es gesehen. Eine lange Lebensdauer, geringe Unterhaltungskosten und eine einfache Wartung sind weitere Vorteile des neuen Kleinwagens. Nun, wie wär's? Untertitelung des ZDF für funk, 2017